Wo ist dein Spiel Sound? Oder Headset dann? Warum muten tust du dich? Ja, also jetzt geht nicht mit dem Controller Deswegen brauche ich so ein Pedal Kannst du dir, kannst du dir Ich habe mit Leertaste gemacht Amazon 5 Euro Echt? So ein Pedal? Ich habe sowieso ein Pedal geholt auf Amazon 5 Euro Ach krass, ich dachte die wären teurer Also klar, wenn du das Elgato haben willst, das kostet 90 Euro Aber ich habe so ein billiges Nachgestellt Das sind Die Bedienungsanleitungen Die Software ist halt auf Chinesisch Aber du siehst da relativ gut Wo du drauf drücken musst Um ein Hotkey auszusuchen Ok Also relativ größte Frechheit auf der Welt Der Olli kommt hier rein Dann kommt erst mal 145 Stern raus Olli, mein Lieber Team Vielen Dank für die ersten 145 M-Stream Mein Lieber Kuss geht raus Oh, Patrick Eben Thomas Eben Eben Vielleicht Ja auch schicken Bitte ja kannst machen Aber wir fangen mal hier entspannt an Bist schon warm oder was? Ein bisschen Ein bisschen Ja, sehr gut Ein bisschen Kein Ding Emo Schreib mir mal eine PN hier auf den Account nochmal, damit ich es nicht vergesse Ey moin Steve Was geht ab? Alles blit oder wat? Oh Pussi Bild hab da Sorry Und Patrick Mit dem allerersten Gifted Sub im Stream Vielen Dank für's Gifted Sub Let's gooo Vielen, vielen Dank Brody Im Gang dich hängt mein Stream, deswegen muss ich mal gleich gucken vielleicht Was ist? Mein Stream hängt angeblich Mein Stream hängt? Ja, keine Ahnung, alles so Als wäre mein Internet schlecht Aber 23er Ping Find ich eigentlich ziemlich geil Oh, ich hab ein 31er Ja Ich guck gleich mal was OBS sagt Du hast ja da diese Statistik Kennst du die? Ja, ich muss gleich neu in Stream starten oder so Irgendwas ist Ich weiß es nicht Irgendwas ist 4.000 Bitrate ist ja eigentlich nicht so hoch Ja, deswegen kann es hängen, 4.000 ist zu niedrig Ich hatte es auf 8 Hat auch gar nicht 8 ist zu hoch, da hängt es auch Facebook darfst du mit 6 Musst du mit 6 springen Deswegen hat es bei dir auch mal gehangen mit 4 wegen 4.000 Ja, bei 4 oder bei 8 hängt es bei mir immer Bei Facebook sagt selber, die haben offizielle Angaben von Facebook Kannst du ja nachlesen Ja, ich hab mich auch mal gelesen, das stimmt Und 6.000 Und ich gehe auch nicht über die und nicht unter die Dann mach ich mal Gramm Neustadt Mach das mal Hey Joachim mein Lieber, vielen Dank für den Fall Aber nur weil du Bild umgeschaltet hast Das gleiche Okay, okay, okay Das mache ich ab sofort täglich Patrick Wenn das so ist, ne Sagen wir, okay Was ist der Preis, dass ich mein Bild heute umschalte Können wir, finde ich ein fairer Deal, ne Bin ich ehrlich Was machen wir, damit ich mein Bild schreibe Bei mir steht übersprungene Frames als Fehler Das muss das Internet sein, oder? Ne, übersprung Durch was? Du hast ja einmal unten hast du durch Netzwerk Du hast unten ausgelassene Frames Netzwerk Insgesamte Datenausgabe Bitrate Und oben hast du FPS Durchschnittliche Frame Render Zeit Und dann hast du ausgelassene Frames Durch Render Verzögerung Und übersprungene Frames Durch Kodierungs Verzögerung Warum müsste das in der Statistik aussehen? Hast du die Statistik? Ja, steht da nicht Moment Moment Da steht nur ausgelassene Frames Sonst nix Achso, nein Du hast nicht die Statistik Du siehst es unten, ne Ausgelassene Frames Ja Geh mal auf Docks Ne, warte Anseh Warte, warte Warte OBS OBS hab ich, ne Achso Ja doch Ich hab ja Ich hab Ne, ich hab OBS Du hast OBS-Studie wahrscheinlich Ja Aber sollte da auch sein Aha Äh Äh Dock Statistiken Hast du Docks? Ne Ich hab unten so nur ein Rädchen, so Stream, Ausgabe, Audio Gut Gut, das hab ich auch hier im OBS Du kannst auch 100 pro kannst du es auch bei dir irgendwie äh komplett anzeigen lassen Wie viele oder wo die Frames hängen oder wo sie verloren gehen Ich mach jetzt einfach mal einen Neustart hier und dann gucken wir gleich mal da Ok weiter geht's Ähm Dominik, Arthur, Marcel, Job Äh Daddy, vielen Dank für die Likes, Leute Grüß dich Hallo, ihr Achim Da bist du die 6000er Bitrate eingestellt Ja, das ist auf jeden Fall, ja Ich sag, wenn du 6000er hast, wie die auch konstant, dann hast du gar keine Probleme Kann nicht sein, das Spiel legt, äh, spielen, einwandfrei läuft und im Stream dann irgendwie alles lenken soll Doch, doch, das kann sein Äh, das Spiel, äh, das Spiel läuft mit Downloadrate Wenn dein Uploadrate Probleme hat, lag dein Stream, weil dein Stream uploadet und du mit dem Spiel nur downloadest Hm Also alles möglich, das Problem ist, wenn du da äh, nicht, nicht siehst Und wegen, also wo du die auslässt, Rendererverzögerung, Codierungsfehler oder sonst was Ist relativ schwierig Dann kannst du nicht sagen Ja, ist jetzt deswegen oder deswegen Ja, ja Ich guck gleich mal in der Pause, äh, ob wir, ob ich was finde, wo du dir das im Stream-Labs anzeigen lassen kannst Ich hab damit am Anfang auch gestreamt Hm, naja, stimmt, hast du ja mal erzählt Oh, hier sind Gegner, hier Da war grad noch eigentlich ne Clips für die ist grad weggegangen Der bleibt nach links gedoot, glaub ich Suche beendet, Rückkehr zur Basis Ja, selbst gehört hier, glaub ich Ja, selbst gehört hier, glaub ich Ne, hier ist nix Hm Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Hm Hm Aber er war gerade da, die Küste war auch ganz frisch offen Hm Dann können die ja eigentlich nur Richtung Shop Ah, ne, da ist gar keine bei Hä? Klick jetzt mal Richtung R-Field Wie sitzt blick auf pop pop hast du dich die tage verletzt nee wieso brudy top top ist immer drauf ja und er scheppert mich bacon geht lieber custom lobbies gespielt aber die gibt es ja leider nicht mehr wurde ich bin dann vielleicht und für moritz krispy matt patrick penex leute ja die tour ja ist schon was anderes private lobbies alt als jetzt einfach so da wirst du vermutlich auch auf die treffen ich finde es auch geil gelöst mit der mit dem multiplikator auf die kd aber trotzdem hätte ich wirklich lieber gerne gegen dieses web in einer laute für erneuten einsatz freigegeben muss als erstes lodi ich glaube das ist egal also wenn wir beide am leben sind ich war noch ich war noch ein strand ja aber wenn du jetzt dran gehst kann ich trotzdem das geht nicht weg doch doch nur weil ich am leben bin mach mal aber du warst noch dran oder ja aber sobald ich lebe zählt das ein wenig mehr crazy hier fliegt einer vor uns richtung schaffers wird die richtung erfüllt schaffers wird alles alles entspannt das ist ja neben Movement was so motiviert heute ja ja klar wir sind noch gut er ist am jumpy wo wir hinwollen und einer aber die sind nach oben hier noch ich kann mich nicht auf einen nok ja ich habe die anderen war dahinter um dach war die ranta ja ich hole das hier oder du hast auch eins bei dir roma mein lieber vielen dank für den share roman robert daniel rené die likes leute kurs kurs über alles wieder weg der kümmert ob eingesehen da ja müssen wir jetzt mal rüberkommen gleich meine große drohne ist geil hey damian ebenfalls vielen dank fürs like wo die willkommen im stream sind hier vorne jetzt schon auf blau an der halle weiter läuft hier ich habe mich geklastert wollen wir jetzt aufs dach was bringt denn das denn auf welches dach hier sind doch nicht aufs dach gegangen sind dann in der halle drin waren die denn unten raus der meintest links der meintest hier one shot und spiel Eio Oh, der ist hier draußen Einer noch Ja, das mit dem Leggen muss ich auf jeden Fall beheben Wir gucken gleich nach der Runde auf jeden Fall Sonst kann man disqualifiziert werden, hat er gemeint Ja Ich spiel auch damit Wenn man nichts erkennt, es ist wirklich anders eklig am Leggen scheinbar So, ich hab eine Drohne mit Ich hab auch einer Also sagen eigentlich alle Steht in den Regeln, sagt er, ne? Gucken wir uns gleich mal Du bist eigentlich nur so,bald du dein Game neu startest, musst du äh Bescheid sagen, dass du es neu gestartet hast und dann äh Hol dir mal ein Safety noch Da liegt noch eine Drohne, ne? Ja, ich hab eine Du brauchst auch eine Ja, mach ich an Okay Wollen wir Jumpy nehmen? Ja Guck mal, hier sind zwei Stück, was die spielen, komm Ja Oh, sind die am Campen da drin? Mit Einsatzschild und so Vorsicht, äh Ich hab noch mehr Ich hab noch mehr Ich hab noch mehr Wenn du dann Ich hab noch mehr Ich hab noch mehr Ich hab noch mehr schießt nicht alex peter bringen die vielen dank wie die likes leute bekommen ich glaube ich habe mich 30 fps eingestellt habe also das kann das auch ein grund sein dafür um 30 wegen 60 legen könnte pro die holle grafikkarte kostet 100 euro neu ich glaube ich muss einfach mit obs stream war nicht nur was oben links ja ich glaube ja jetzt unten drin 18 meter über mich gezielt und gibt mir voll die hellen bombe ok zum dritten mal werde ich dann jetzt den stream beenden ich bin noch ein bisschen sprachlos chris dominik vielen dank für die likes dominik und chris vielen dank für die beiden shares leute und frames steht jetzt hier links ja absolut will dir durch eine hohe cpu auslassen ja oder eine 16 60 ist auch 1650 glaube ich also was nicht die fps liegt daran ja gerade dabei mir zwei pc zusammen zu basteln ich habe einen gemacht damit eine Kassel ich habe noch gar nichts floh tatsächlich bin gerade am letzten drei ich habe auf 30 fps runter gemacht jetzt also richtig ich habe mir gerade noch mal die killcam angeguckt der typ hat weder auf dich noch auf mich geschossen wird auf uns zwischen uns geschossen oder was war das denn dass ich habe auch pausierte pausiert gehabt nur zu gucken kann er mir nicht beitreten ja weil ich habe ich habe noch spektatet doch hier also ich habe gerade die kicker noch mal angeguckt ich bringe mein lieber vielen dank für doppelchen schreibt ihr später mal in der ton war hinten dran im game gerade das war nicht mehr der ton vom video zwar weiß game im hintergrund offen hatte ich war nicht aus der runde rausgegangen so ja du kommst zurück an die front doch wenn du verlierst war es das wird noch drauf meine güte es läuft auch nicht zusammen heute wirklich hat das voll naja ne typ habe ich gefunden Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Oh. Oh. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Ich stelle das drauf in den anderen können wir uns noch ein Lodi holen. doch so wie es ist nur so rund wird dann einfach raus die neustarten morgen ja definitiv wundervoll manuela gleich würde kurz 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 wie geht es euch aber bekommst du noch patrick keine sorge mit zum lodi jetzt naja ja 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 Wir nehmen einen lieber E-Fest und dann wird es gleich Pascal auch vom Moinchen. Zwei Lolis. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Oh ja, ich kann den Thron anmachen. Ich kann noch zu dir kommen, wenn du willst. Ich komme mit der Sub. Okay. 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 und kann auch eine holen sogar ich habe hartleiner was wir zurück auf die oder die zweite in dem links fahren können sie nicht mehr wahrscheinlich weil schon zu ist wenn ich fahren können weil zu ist und pro einzelner fields müssen erfahren können wenn das gast kannst du nicht mehr fahren ich kann noch mal eine anmachen die drohne wenn du willst links von dir war noch ein und oben und berg ist nichts drauf naja okay hier oben zwei oder eine kommt in meine richtung sogar denn hier laufen schulen jumpy ich habe noch ein jumpy auf pascher tatsächlich kannst du dir kommen wenn du willst naja ist gut ich komme mit zu dir in die richtung zu denen hier nicht mehr maybe kannst du den hier annehmen ja ich weiß nicht ein Change aber fand ich nourrige wir haben ja ich einstatt ein Da müssen zwei Teams hier sein. Bänder auf dem Dach. Boah, ich krieg von oben. Einer noch unten drin. Ich hab von oben bekommen aus den Bergen. Einer ist in der ersten Etage. Doch nicht. Hier. Wir bergen halt noch mal. Oben drauf, am Dach. Die Bragg oben drauf. Sand. Raus und drauf. Wir gemacht keinen Bunker. Da war der Leer. Weißverschwandt unten. Darunter. Ah, der ist leer. Oh, ich habe den. Maybe schaffe ich es noch, eine Drohne zu holen. Aber ich glaube, das schaffe ich noch. Ich habe auch noch eine geholt. Gut, Miles hat Jörg. An dem Wechseldingen lang genug Legi-Waffen. Oh, geil. Hey, gehen wir? Ja. Die Game ist auf der Brücke scheinbar. Guck mal links. Weil die Links die holen? Ja. Ich flieg auf den Turm. Boah, Bruder, mein Aim, ne? Perfekt. Dann zählt er uns mal durch. Ja, oben. Da geht runter. Jetzt ist die Frau durch. Hier war noch zwei. Ah! ohne kommt wir sind zwei 70 auch gerade was rein ja beine gebrochen anderes auch noch das andere team kommt gerade dahinter liegt noch einer noch will man schon fahren bekommt ist schon mal tot der andere war noch am haus da lande wieder was vor mir direkt und bei der streik auf mich vorsicht erst recht nein 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 und recht auch noch close in von hinten dort war mein abzug da gucken ob ich den einen hier rauskriegt zwei sogar einen nein das ist ein stück break hier geld ja wie ich gekillt werde wunderschön abone ol Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt nicht dein Ernst hier, oder? Ich wollte gerade sagen, der ist nicht dein Ernst hier, oder? Ich wollte gerade sagen, der ist nicht dein Ernst hier, oder? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Setting Rally Point. Nee, Digga, das ist nicht dein Ernst. Ich hätte dich resen können. Ich bin eh nur ein Handicap, hast du schon recht. Bruder, ich hatte Hardliner, ich hab da nicht dran gedacht. Hier liegt noch alles, Digga, es ist trotzdem kurz nicht mehr so dumm. Ich seh ihn so spät, ne? Oh, das hab ich so verkackt. Ich hätt's locker reisen können, Digga, ich wusste's nicht. Kein Stress. So, jetzt, ähm, jetzt. Einer noch. Anderes oben. Aus dem Drohne? Ja, wenn du einer hast, äh, ich hab, ich hab. Ich hab schon. Ich willst auch. Oh, ein Differenz. Nein, nein, nein. wundervoll gerade schimmelt da oben ab also ja ich tue andere jetzt wir sie auf ah und verloren Du bist jetzt im Gulag. Überleve um erneut eingesetzt zu werden. Der Kampf hat begonnen. Jetzt bist du dran. Bereit machen. Der Kampf hat begonnen. Ich spiele gleich Mario Kart. Ich dachte es dir. Er hat nicht mal auf mich geguckt. Julian, guck dir das an. Wie das heute aussieht. Wir gleich wieder da. Wie gesagt, oder? Doch, doch. Guck dir an, Julian. Der andere sagt... Hits. 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 ich hab mir die Beine gebrochen Digga, wie schlecht von mir Er hat gerade seinen Kollegen gerestet, der wird es kommen Hier liegt der eine Er landet auf dem Turm, ne hier 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 Oh mein Gott, ist das schlecht von mir heute Boah, bei mir genauso, das würd ich schon sagen Vielleicht zieh Natürlich Phänomenal War aber auch alles extra, ich hab den anderen Ja, ja, wollte Ich glaub's gar nicht realisiert Julian schreibt grad, er wollte den grad wirklich reviven Ging Ah Bruder, was seh ich hier Daniel Silvano Dominik Alex, Julian Gersi, René, vielen Dank für die Likes Leute, Gersi, vielen Dank für den Chant, der Herr Kuss, 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 Kuss Hat's grad gesippt Hat's grad gesippt Skala Oh Bruder, der sniped Top Top Hallo E-Bims Hallo E-Bims E-Bims, ein Fallschart Mach dir mehr einfach nach, ey Hi Max, Junge stehen dann, vielen Dank für die Likes Julian über uns ist es dann die bei uns es ist oben drauf schießt mich schießt mich ganz hoch innen drin jetzt nicht mehr glaube ich unter dir haben wir da oben ich glaube ich bleibe morgen er landet wieder da oben ließen ja ist direkt dahinter und er scheppert mich ist bei mir auch von also keine ahnung ich hab denn heute so oft gestorben wo ich gesagt habe niemals der eben hat einfach besser geschossen dass man einfach umstand sex bist du was unten am shop gar nichts mehr wirklich nichts mehr das ist so scheiß winden fressen die viel dann ja was auch hilft auch kein winden mehr dann ein problem dieses scheißberg reingemacht haben son asina ja heute sollte auch nicht mal umgefallen ich muss danach laden das war richtig hart junger bevor der hier in dauer im haus oben drin weisend bist du gab oder das machen wir immer runter oder das war wohl spielen immer wenigstens punkte mit auf jeden fall gleich mal meine ppsh umbauen wenn die 15 punkte auch mal 1,35 ne ja nur die klicks aber recht auch komplett okay das ist echt mies deswegen haben wir ja glück dass wir noch in die reise sind von der kd so gehofft der wert 0,03 hd höher gehabt so gehofft dass wir runter rutschen ja aber hat schon allein geklärt gegenüber irgendwo ja löschen martin mein lieber wie geht es dir alles fit oder was michael kevin marcus maxina an vielen gleichs leute kuss 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 kacka juridisch hier ist gerade auch netz ohne seines der weg gegangen eben halt noch zehn leute der gar auf sechs teams geschehen dieselmotor jungen erstmal sprit verbraucht das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt du erhältst eine ausrüstungslieferung die letzten zehn ab an die spitze folglicher soldat in der nähe gegnern kommt hier 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 einer läuft hier unten noch rein das da one shot das reingekommen aber würde aber nicht pushen von dem berg kommt auch noch was das ground sorry das shift break das andere ist wieder ab oben da hinten wird auch größte achte dir mal ein bisschen drauf aber ich mache eine drohne an 3 stück 2 2 so können die hier gewesen sein ok, ja, ja I don't know if he's one Easy, wir bleiben hier An der anderen Seite Den Berg Da hängt der Solo Einer 70 auf uns Zwei Der eine ist aufgeklappt Der andere ist weiter links Nicht Soweit schon Bist ja unten da Go Setzt sich unten ins Haus rein Wahrscheinlich Weil gar nicht Pass auch von der anderen Seite noch, ne? Da haben wir zwei Stück Ja Das ist jetzt die Frage, ne? Haben wir gesehen, das war drin, aber wir sind zu zweit rein Aber wollen wir hier oben bleiben Können wir machen, gerade rausholen, sehr gut Achtung, Claymore, 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 Claymore da drin Was für die Hecken Zwei Stück Zwei Stück Auf jeder Seite einer Eines gehackt Habe ich weg, meine Dann müssen wir von unten kommen, oder? Eigentlich schauen Was für die Hecken Ja, ne, Berg Wo die anderen eben waren Beim Shop In die Richtung What? Ah, einer ist raus Naja, kommen sie ins Fenster Noch einer Drive ping Kannst weglaufen Digga, wir haben mich gefiltert, das war so, ich hab gar nicht richtig viel guckt Nee, Mann Das war ultra unlogisch Ah, schade Digga's Hey, Mahlzeit Will man dir was geht ab? Sven, Beatrice, Phil, Manuel, Sepp, Christoph Vielen Dank für die Likes Willkommen im Stream, Leute Kuss, Kuss, Kuss Äh, ich muss auf jeden Fall die PPS Hammer umbauen, so wie der die gebaut hatte Ja Ich brauchte einen aktuellen Bauplan Also irgendwas hab ich hier definitiv anders als der Geist der Griff schnell Welche, äh, welchen Griff spielst du auf der PPS-Hautos? Spielst du die gar nicht mehr? Ähm, welchen Griff? Ja Boah Ich spiel die ewigsten ganz anders, glaub ich Das Problem ist, dass, äh, die bei mir Mit dem M1930 spiel ich die Ah, ne, das ist der Unterlauf gewesen Griff hatte ich Polymer drauf Da spielt ja auch keiner, glaub ich Nein, nein Bin halt verrückt Ich muss sagen, die scheppert so Ich mach's jetzt nochmal so Ja Und dessen ist eh noch die Typern 100 So einen guten Aimassist dabei Schön auf Brust und Kopf Ach, ich weiß nicht, wie der Typ mich grad mit der UGM Ich hab grad noch mal geguckt Ja Wenn wir jetzt nicht unbedingt Erster werden Das ist uns halb so schlimm Hm Weiter bis 5 da Boah, lass viel ziehen Mach mal die vorne an Oder in die Richtung erstmal halt Ja, gucken mal Zweiter bis 5 da Ja Da gibt auch 10 Punkte Hm Maybe hier, dann mit der SIP Das nix hin, hab ich jetzt gesehen Ja, hier ist was, hier ist was Und da kommt noch was Ja, hier landet was Hier, da, ja Ja Landet jetzt in meinem Haus Schöpf an sich gegenseitig Wie viele? Einer Bruder, er scheppert mich, weil ich mir grad ne Platte gedrückt hab Komm im Gulag Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit Hm Bruder, es ist so schlecht Einfach Was ich da veranstalte heute Der hätte mich niemals haben können Dürfen Andreas, Janik Ja, meiner auch nicht Digga, der kam mit Pisten Ich hab loadout Waffen Also Ja Merkst du's Ja Andreas, Janik Mach auf jeden Fall Likes Leute Kuss, Kuss, Kuss 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 Hast du's bei dir? Mann ey Nein wo denn los aufwärts junge komm auf da junge ich würde schweigen tatsächlich ich bin pika gut bei bieter oder so irgendwo sitzen du team im haus und wir wissen es nicht oder so müssen wir auch nicht um den heli die break ja genau und unter uns unter uns pushen oder ja ich sehe sie break geht hin durch die tür raus war noch einer 70 runter ich glaube einer hat sich runter oder hoch gesitzt hier ist ja was oben aber du bist gar nicht ganz hoch ich komme oder wie kann er mich da kriegen oder ich war voll geplated wie anja mein lieber vielen vielen dank für die allerersten 200 jünger es geht raus vielen dank ehre wirklich vielen dank genervt ich sehe ihn nicht mal richtig wirklich dieses time luck ne ich komme um die ecke sehe ihn ich schieße auf ihn in dem moment hat er gerade die smoke in der hand wird die smoke ist egal die trifft genau mich ich gehe auf dem zielvisier ich gehe auf dem zielvisier was ja wir sind ja schon überall gelandet julian sind wirklich überall gelandet field beachhead äh powerplant wir waren überall also keine ahnung sag mir mal einen spot wo man landen kann ich habe echt keine ahnung wir waren in runway wirklich in runway waren wir oder es ist überall gleich wo ist ein bottauen ist das ein gesicht ne ne das ist ein licht jetzt zwei dieser kackwaffen moin andreas ronny mein lieber dir auch einen wunderschönen tag storage wir landen nächst ohne mal storage mal gucken wir haben auf jeden fall da ich mal mit fünf kills gestartet hier hier wenn ich durch lolle gehen so macht den kills am ende der runde hat aktuell wirklich also ich sehe mir direkt denn ich hier kann das Das ist gut, mit ihr Problems Blödsinn oder nein 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 ja das gibt es da nicht das ist noch nicht Okay. oh scheiß also dual pc ich habe nur ich habe nur probleme warum warum was hängt dann was hängt dann hat die ganze zeit angezeigt welche aus ein signal mk2 und alles schrott ich habe die hd 60x ich habe noch nie ein problem gehabt hast du zwei pcs nee aber ich habe doch zum beispiel die mw2 beta oben wieder gut immer noch da oben oder was sind immer noch da oben bei mir close Feindliche Drohne ist aktiv! Da sehe ich keinen... Paketenwerfer... Och man... Nach meiner Höhe hier... Man muss ja auch mal einen Fight gewinnen, wirklich... Hier hast du noch eine Platte... Oh ja, die Gulag-Amagerra ist doch besser als die Floor-Loot-Amagerra... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Oh ja... Ich kann auch nicht gut... ...despitiert... fängt einer unter mir der wenn wir auf dem dach weiß ich nicht einer mindestens jetzt unter den ersten zwei scheinen nachladen da oben das ist doch ein boll das legt mich doch am arsch jede kugel in den kopf warum geht das bei mir nicht so automatisch was die scheiße